hallo und herzlich willkommen zurück hier bei bomb von revolution ich werde zu dem versteckt dann will ich das aufräumen dann will ich das aufräumen so motorrad kommen hier glaube ich gar nicht groß unterwegs sein die sorgs interessiert sich stark für die wasseraufbereitungsanlage und sie müssen sie als teil ihrer gaseinsätze verwenden erobere den stützpunkt eingerichtet haben ja das ist das ding da nehme ich gleich ein dem ich aber erst mal das versteckte erkundet habe ist noch ein möglicher unterschritt die werden die erst beim letzten sein hoffentlich sind sie nicht weit gekommen so weiter wir müssen herausfinden was sie wissen wir erhalten berichte über einen unruheherd ein lager wird angegriffen jemand in der nähe muss einschreiten so unerlaubte zivilisten Um einer Hand zu uns Friedenswächler zu entgeben, werden erschossen. So, das Ding haben wir auf. Los, schnell! Jawoll! Come on! Und eingelaufen. So. Ich hab die Errungenschaft Eroberer gekriegt. Sehr schön. Obwohl wir nicht alles erobert haben, aber gut. Es dreht ja nicht mehr viel. Da eins, zwei, ja, so. Ein paar Sachen fehlen noch, die wir rollen müssen. Die Anlage befindet sich jetzt unter der Kontrolle des Widerstands. Das sollte die Operation der KVA in der Zone, die mit Ressourcengewinnung zu tun haben, behindern. Tolle Arbeit. Wir sollten echt größere Probleme langsamer kriegen wie da die KVA, obwohl sie uns echt stark zugesetzt hatten. Uns gehen die Verstecker aus. Ich hoffe, wir finden sie hier. Hier brennt Licht. Hier brennt Licht. Sag ihnen, sie sollen zurückkommen und mich holen. Okay. Du machst dich besser auf den Weg zum Hafen und findest sie, bevor sie ein Boot finden. Ja. Das klingt nach einer Idee. Aua. Die Animation ist schon geil gemacht, aber... ...durch den Hafen, durch hier. Der verletzte Gefangler hat etwas von einem weißen Container gesagt. Wir sollten nachsehen. Vielleicht sind sie ja da drin. Jo. Ich hab schon einen weißen Container gesehen, den ich mir vorstellen könnte, welcher es ist. Da ist man da oben das Radio. Die sollten sie sich eingeschlossen haben. Das ist schlecht. Nein. Moment, diese Leichen sind alt. Das sind nicht die Leute, nach denen wir suchen. Was zum Teufel geht hier vor sich? Oh, der sagt zwar, dass er Leute da in die Containern abholt, aber er lässt sie da drin dann verrecken, alter. Was ist das für eine miese Sau? Um Himmels Willen. Gott sei Dank. Wer ist da? Ich kann nichts sehen. Wer auch immer du bist, danke. Ich dachte, wir würden hier drinnen sterben. Dieser verdammte Brooks hat uns hier drinnen eingesperrt und wollte uns verraten lassen. Er sollte uns ein Boot besorgen. Hat gesagt, dass alles bereit sei. Wir waren so dumm. Ich sollte wissen, dass man einem Clapp nicht vertrauen kann. Wir haben jeder 1000 Dollar bezahlt, nur um in diesem übergroßen Sorg zu enden. Du gehörst zum Widerstand, oder? Lass uns nicht zurück. Sie stecken uns wieder ins Gefängnis. Ich halte es keinen weiteren Tag in diesem Höllen noch aus. Keine Sorge. Okay, okay. Bleib locker. Bitte hilf uns. Wir haben drei Jahre im Sperrgebiet verbracht und können von Glück reden, dass wir so lange durchgehalten haben. Wenn du uns dabei hilfst, ein Boot zu besorgen, geben wir dir alles, was wir haben. Wir haben zwar kein Geld mehr, aber dafür diese Schlüsselkarte, die uns Brooks gegeben hat. So sind wir rausgekommen. Ich wette, der Widerstand könnte sie gut gebrauchen. Ich werde sie mir sofort geben, aber ich habe sie zur Sicherheit geschluckt. Ach. Alte Angewohnheiten lassen sich schwer überwinden. Aber sobald sie draußen ist, gehört sie dir. Bitte besorg uns dieses Boot. Wir haben uns zu der Rückgabte gesehen, und wir müssen nicht nur um die Soldaten kümmern. Was ist mit Redding? Wir müssen ihn holen. Und das werden wir auch. Sobald wir wieder bei Kräften sind, holen wir ihn. Wenn du ein Boot suchst, hast du bei der nahegelegenen Werkstatt die größten Chancen. Früher haben wir von hier entlang des Flusses nach Vorräten gesucht, bis uns die Nords vertrieben haben. Da ist ein Boot. Alter! Hier ist ein Boot! Dank ihr haben wir es aus dem Sperrgebiet geschafft. Gut, das Boot ist nicht mehr so gut. Okay. Korrigiere nicht, alle Boote sind so das gelbe vom Ei. Ich wollte schon damals ausprobieren, was passiert, wenn man ins Wasser fällt. Er kann anscheinend nicht schwimmen. Ich will jetzt nicht fragen, wie weit ich wieder laufen darf. So, noch mal ein paar Zeug weniger auf den Straßen. Los geht es sind. Der Fall ist schreiber hier. Der Fall ist nicht als zweiter der Sperrgebiet gegründet. Schuss, schreiber! Das ist schreiber! Der Fall ist. Job ist nicht wahr. Das ist beschreibende. ja und dabei nehmen wir das hier mal gemütlich hier ein noch natürlich braucht man erst mal hier das motorrad geht sowas ja auch nicht na klar es gehört sogar zur mission das hier so einzunehmen oder was ja sonst kannst du hier ja nichts machen bisschen erkunden kann man letztens mal ja ich will aber das hier eingenommen haben ist da bescheid ich weiß nicht ob ich es da durch kriege aber ok sobald ich das boot erreiche zählt na dann vor allem wie immer so ein halber tag vergeht also wir den unteren teil komplett einer ich dachte wer gestorben du hast uns wirklich ein boot organisiert ja natürlich ein fluss kva scheiße gekocht und auf der anderen seite sauber herausgekommen du bist ein unverwüstlicher schweinehund das muss ich dir lassen ja ich bin beeindruckt brady ich hätte nicht gedacht dass ihr rückartlosen widerständler ist drauf hätte kein wenig respekt freud du hast zu viel zeit mit diesem kva typen verbracht und vergessen wie man mit leuten umgeht die einem helft so gerne ich auch den ganzen tag herumsitzen und über moralvorstellungen plaudern würde wir müssen weiter die kva wird nicht ewig weg bleiben ich will weit weg sein wenn sie uns suchen kommen ja ja alles klar okay wir machen uns auf den weg hier ist die schlüsselkarte die ich dir versprochen habe man du hast sie mehr als verdient ich hoffe deine kleine revolution zeigt sich aus mit dieser schlüsselkarte solltest du im sperrgebiet kommen mach dich auf den weg zum tor suche nach einem typen namens philip small sobald du drin bist wir kennen uns schon ziemlich lange er ist zwar nicht besonders gefestigt aber er kann dir dabei helfen ein team zu rekrutieren ich habe die waffen und werde versuchen sie zu dir zu bringen momentan ist es nicht leicht sich frei zu bewegen aber ich werde es schaffen bis bald so wenn ich das hier suchen muss ich nur in diesen abteil suchen nicht in dem kompletten hier ne oder nur in dem hier oder nur in dem der hier so stark rot markiert ist dann suchst du hier dumm in dem weg aber erstmal wo sonst immer heavies mit dabei sind eh Alle roten Zivilisten ist der Zutritt unter Sack Ich wollte schon sagen, danke Alter, wie viele Fahrzeuge hier sind, ey Leckomio, Mann Wird nur das Ding zerstört Alter Kaul noch Munition, ey Der Widerstand könnte sie wirklich brauchen Der Widerstand kann alles gebrauchen Was es denn gibt Geben Sie die Hände zu den Kopf Verschränken Sie Ihre Finger Und genießen Sie auf den Boden Bewege Sie die Maschine Während sich der Friedenswächter nähert Wehe, keine Maschine Geben Sie die Hände Los, komm Wir wurden noch nicht entdeckt, oder? Jawohl Ein Job für einen Inside-Errungschock Das hatte ich schon mal gesehen gehabt Ein Ding einnehmen, ohne entdeckt zu werden Bam, haben wir auch geschafft Nice Wir haben die Schlüsselkarte mal beschafft Jetzt können wir uns viel freier in der Zone bewegen Muss ich nur mal kurz aufschreiben Bevor ich das vergesse So Dann haben wir die Knaller Mal aufverwendet Gibt es hier ein Waffending wenigstens? Danke Man, volle Munition, ey So Jetzt mal gucken Ist das rote Gebiet trotzdem noch so riesig hier Ich würde mal in diesen Nachbargebäuden hier gucken Und da nicht wirklich tatsächlich so Auch was Vorkommt von diesen medizinischen Sachen Aber ich kann es mir nicht vorstellen Weil Der rot gekennzeichnende Bereich Ist ja extra hier so Gewöhnlich ist das auch alles dann da drinnen Da war auf jeden Fall damals eins So Gehen wir mal hier lang Da ist keins Leute von uns, die tot sind Wir erhalten berichte ein lager wird angegriffen jemand in der nähe muss einschreiten mein gott aber es kann doch nicht sein ich habe das ganze gebiet jetzt hier abgesucht mehrmals kann doch nicht sein dass die hier nur drin sind oder müssen doch in den ganzen gebiet versteckt sein aber um voranzukommen nehmen wir hier das appartement da noch ein und dann gucke ich glaube ich mal einfach online wo man die ganze sache findet aber wir können auch hier erstmal helfen sie nach was du noch so mitnehmen kannst dann verschwinde von hier ja erstmal kümmern wir uns um das appartement noch da hinten weiß es ein bisschen weiter laufweg dafür dass ich dann wieder darunter geht aber was wenn man machen dieses appartement haus überblickt den eingang zum sperrgebiet wenn wir dort ein beobachtungsposten einrichten können wir die bewegungen der norks in und aus dem sperrgebiet überwachen aber erst mal sich im weg in das gebäude finden und das kann sich schon schwieriger sagt nichts mehr ich habe es gesehen was rein geht hier müssen wir so so bevor ich hier reinkommen einnehmen apart mit aus posten haben auch damit das gebiet hier oben auch wunderschön alles klar ich würde sagen das war es von dieser folge wenn es euch gefallen hat lasst mir ein like da kommentiert was ich verpassen kann abonnieren damit der bundes an bleibt bis dann